Seid gegrüßt und willkommen zur 33. Episode meiner Rimbled Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Okay. Oh, Matt räumt auf. Okay. Chantal vollständig geheilt. Sehr schön. Gut, Essensproduktion läuft wieder. Besuchergruppe haben wir. Haben wir? Besuch die Kolonie Waren zum Handeln. Oh, die sind schon da. Hey, wo ist Lohmann? Lohmann ist da drin. Redet mal. Und der kann auf gut niedriger Gesundheit nicht richtig sprechen. Oh nein. Bauteile, Stoff, Kräutermedizin wollen die? Ach, wir haben ja... Mal gucken. Was haben die überhaupt für mich? Ihr habt nichts. Ihr habt Pemmikern, ihr habt Kräutermedizin, ihr habt Rauchblattjoins. Okay. Ihr habt nichts für Darmut aus Bisonwolle. Ich verkaufe wieder Bier. Jetzt habt ihr schon kein Geld mehr. Ich kaufe euch die beiden Medizindinger ab. Rauchblattjoins. Ja, komm. Dafür müsst ihr mir mehr Bier abnehmen. Erstmal alle hier mit Bier anfixen. Ups, das ist zu viel. Ach komm, kriegen die geschenkt. Komm, 60. Klar, kriegt ihr kein Ding. Das ist auch eine Lebensaufgabe hier wieder geworden. Aber warum? Achso, ich wollte schon sagen. Warum fällt Matt denn bitte kein Holz? Jetzt sehe ich, dass es doch tut. Brav. Widerstand verringert. Wie flassen noch? Wir müssen nicht bald wieder hier einbekommen. Oder kann man das direkt schon machen? Was war jetzt wieder? Was? Puma hat Jagd. Was? Macht Jagd auf Hirsch. Nein. Ach komm. Hm. Chili. Moment mal. Weißt du die mit Lormen? Was tust du? Ist leckere Mahlzeit. Chili, was tust du? Trägt Stahl. Bauen wir bitte das hier. Hier wieder. Hallo? Äh. Okay. Moment mal, du nicht. Heuschreck hat eine Waffe. Lormen. AJ. Chili. Matt. AJ nicht. Greif wir bitte alle da an. Das geht ja so nicht. Oh Mann, ich kann das nicht. Ziel nicht treffbar. Genau, Chili. Wir haben getroffen. Das ist gut. Alle, die ich gerade ausgewählt habe, bitte nochmal. Matt. Matt hat keine Waffe, oder? Verdammt. Ähm. Matt. Nimm dir mal das Ding hier. Chili. Schieß. Chili geht hinterher. Lormen. Heuschrecke. Geht ihr mal. Achso, Lormen. Raus. Was war das denn? Pirate. Was? Nein. Oh Mann. Heuschrecke. 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 Hey, was ein Scheißviech, ey. Ja. Na, und jetzt? Müssen wir dich halt, äh... Jagen. Wer ist Jäger? Lormen. Natürlich. Lormen? Hallo? Na, dann ist erstmal... Kein Problem. Transportkapsel. Was? Lormens Mutter. Oh, nee. Oh, was ist denn jetzt los? Oh, Gott. Mann. Acht Stunden. Ach, komm. Matt, du darfst dich retten. Marine Soldatin. What? Möchte bei Lormen schlafen? Moment mal. Ach so, Matt. Huch. Durch Netz verschwitzt. Das kriegen wir hin. Wir haben ja auch genug Krankenbetten. Ich hoffe ja, dass Chili... ...hier das fucking Bett mal baut. Ach, kommt, ey. Ach, ich fühl mich echt verarscht, ne? Wie Puma? Wo kommt denn der Puma her? Oh, ich glaub's nicht, ey. Kannst eh nix machen. Ach, komm, ey. Chili, komm raus hier. Äh, rein hier. Matt. Lormen läuft. Ja, super, ey. Kratzer, Kratzer. Heuschrecke, Baller drauf. Matt, mach doch weiter mit der Rettung. Kommen hier einfach die ganzen Viecher rein. Glaub's ja nicht. Oh, oh. Lormen, pass auf. Lormen, lauf. Alter. Hier ist was los. Ich hoffe, wir kriegen sie hier durch. Gut, das passt. Ja, so ist Viecher halt sterben. Schon genug Chaos veranstaltet. Chili, baut Stromkabel. Dann bauen wir bitte das Doppelbett hier. Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Oh, was ist denn das heute? Äh, die Tür ist einfach so zu öffnen. Entfernt Dreck. Kannst du den hier festnehmen? Geht das? Kann keine Gewalt anwenden. Och, Mann. Heuschrecke, du. Kannst du das? Gästchen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, Mann, ey. Was habe ich nur falsch gemacht mit euch? Ja, Comet kann jetzt aber auch wieder pennen gehen. Putz sogar noch, das ist super nett von Matt. Ja, Lubov, ist ja gut. Du nimmst ja erstmal Sachen, denke ich. Was kannst du denn gut? Bergbau, Nahkampf, also Waffen auf jeden Fall. Geh mal hier rein. Marine, Soldatin. Ja, wer darf doch wohl jagen gehen? Bauen kannst du auch, perfekt. Feldarbeit lassen wir, Bergbau lassen wir. Na, tragen und reinigen darfst du noch. Das Ding ist halt, wir haben noch kein Bett. Und du wirst ja sicherlich direkt bauen, ne? Oh, Chili baut. Gut, dann vielleicht nochmal so eine Lampe hier hinsetzen. Und eventuell Stromkabel bauen. Die ja alles verbinden. Schamanenhändler. Oh, was ist denn auf einmal los? Dass von überall was kommt. Oh, was ist jetzt verrückte Buch... Oh, nein. Mensch, Nigga. Ja, greift mal hier die Reisenden an. Bewusstlose Kolonist. Why? Und wo überhaupt? Warum? Linke Hand, Holzhand. Du bist auch nicht ganz genesen, ne? Oh, was ist denn mit euch? Kannst du sie retten? Rette. So, es ist jetzt hier dieses Boomer-Loop-Viech. Da. Es wird sich ja alleine erledigen hier. Oh, oh. Aber wir kriegen neues Loot dann, denke ich. Jupp. Kriegen wir. Oh, weh, die machen hier irgendwas kaputt. Wollen wir. Leiche natürlich. Pimikern. Oh, weh, ihr löscht das Feuer nicht, Leute. Wobei, es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir das hier einfach so, ne? Lormen. Wie geht's dir gerade? Kannst du gerade raus? Kratzer, Kratzer, Kratzer. Asthma. Blutverlust. Hm. Schmerzen sprechen. Ja, du bist halt leicht am Sack. Ah, wer kann denn noch von euch? Sozial 8. Ja, komm, machst du das eben. Füttert Gürteltier. Weißt du? Gürteltier. Widerstand reduzieren. Gut, was habt ihr? Ihr habt Viecher. Kräutermedizin. Hm. Die Viecher würden wir eh nur essen wollen. Ah, ihr würdet Bier kaufen. Ich muss meine Bierproduktion noch mal neu machen. Ähm. Ja. Bier verkaufen. Verkaufen mal 200. So. Minus 200. Tada. 1600 bekommen wir. Dann kaufen wir von euch das Neutramin. Da, 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 da. Fünfte, wir können alles kaufen. Hm. Pemmikan. Wir bekommen immer noch Geld raus. Wir verkaufen noch mal ein bisschen mehr Bier. So. Ich hoffe, ihr sammelt den Kram auch ein, Leute. Hm. Durch. Oh, noch schon wieder. Leute, was ist denn hier? Okay, hier meine Bierproduktion. Geht ja gar nicht mehr. Hm. Hm. Gerbottich. Alles kaputt hier. Heizung. 34. Freien. Warum? Achso, weil es hier offen ist. Oh. Hier war eine Tür. Richtig? Da war eine Tür. Die Holztüren behalten wir aber. Holzwand. Nee. Kalkstein. Weiter machen. Was zum. Okay. Gut. Komm halt raus. Hattest du nicht eine Waffe? Dann nimmst du das Gewehr hier. Das Exzellente hat Gürteltier uns ja kaputt gemacht. Verdammte. Kacke, ey. Rekrutieren. Glaub's ja nicht, ey. So, Lubov. Kannst du jetzt wenigstens hier mal bauen? Nö. Das kriegt Chili doch niemals alleine hin. Das macht AJ angeln. Das ist noch so ein Viech. Na ja. Wand aus Holz abreißen. Hallo? Abreißen? Danke, danke, danke. Gürteltier kann wieder laufen. Lawman ist geheilt. Geheilt. Und baut einfach mal weiter. Yay. Hat der gerade aufgeräumt? Was ist hier das Problem? Ach so, hier fehlt. Wir haben keinen Stahl mehr. Oh, Leute. Dann baut doch einfach mal hier den Stahl eventuell ab. Oh, Bauteile. Ach, war hier das Silber? Huch, da war Silber. Cool. Abbauen. Stahl. Ich weiß, wir müssen dann hier den Eingang hier mal zumachen. Oh, hier fehlt auch die Tür. Ja, wenn wir Stahl haben, können wir auch die Tür setzen. Jetzt haben wir hier Marmor. Hier hätten wir aber noch Stahl. Würde ich denn hier komplett wegnehmen, das hier. Wird sich ja irgendwer drum kümmern können. Gut. Und alle schlafen, alle sind wieder wach. Bett. Ist zwar abscheulich hier, aber... Lormann und Matt. Das bedeutet, Lormann ist hier nicht mehr. Das heißt, hier kann dann Lobo... Lubov. Genau. Ist denn hier abscheulich minus 59. Ja, macht halt was dagegen. Ach so, hier wird noch gebaut. Kann hier keiner reinigen. Geht doch. Lormann. Trägt Granitblöcke. Kein Krackstein. Braucht noch das Produktionsgedöns dafür wieder. Schlachtbankkünstler. Nee, wo waren das? Steinmetz. Ist das hier? Da haben wir natürlich kein Halls. Neue Liebhaber. Oh nein. Jetzt bin ich gespannt, wer das ist. Chili und Heuschrecke. Heuschrecke. Bauen wir halt ein großes Bett hier rein. Ach, hier unten kommt das jetzt gleich hin. Da-da. Chili ist da. Okay. Ich meine, wir haben genug Holz, Leute. Okay, wir machen den Boden jetzt hier weg. Jetzt kommt hier einfach Holzboden rein. Ist mir auch egal. Boden. Ich meine, es kommt hier eh kein Feuer rein. Hoffe ich. Baust du wohl den Holzboden? Was baust du? Schläft. Krankenbett wird das auch wieder. Was baut ihr denn eigentlich hier? Egal. Produktion. Wir brauchen ja noch das Dingens zum Brauen. Hier ist alles so dreckig. AJ Chantal, die macht das nicht. Ja, wenn jetzt hier Dings mal wieder, Gürteltier mal wieder bei uns ist, würde ich es sehr begrüßen. Wenn du einfach da für mich das machst, komm. Haben wir es geschafft, Gürteltier? Du, ey. Du, blöde. Du darfst jetzt. Und das darfst du nicht. Jagen darfst du auch nicht. Du reinigst nur. Das hatte ich ja so vorgesehen. Genau. Mir ist scheißegal, ey. Kann ja wohl nicht sein. Wie abscheulich. Why? Warum? Verschmutzt. Abscheulich. Attraktivität. Eindruck. Hallo? Ist doch voll gut hier drin. Okay, wir bauen noch so einen Pflanzentopf hier rein. Dann gucken wir halt, dass Heuschrecke, ne, Gürteltier, aufräumen kommt. Ja, hier ist auch super viel Müll drin. Und Kram. Okay, eventuell sollte ein Gürteltier auch aufräumen. Also so Sachen tragen können. Geht das nicht? Tragen. Tragen. Jetzt kann ich das wieder alles einstellen. Juhu. Ja, bei allen natürlich, bis du viele hast. Granit. Machen wir bis zu 190. Kalkstein. Verrückte Jacke. Oh nein, was ist das denn wieder? Und dann Marmor. Da, da, da. Auch 190. So ist es jetzt verrückte Jacke. Oh nein. Ein psychischer Effekt, den wir haben können, sind okay. Aber es scheint, es hat mehrere Jacke durch. Was ist denn Jacke? Ach, Jacke. Oh. Nein, warum? Ich will nicht mehr. Wir schauen nochmal weiter in der nächsten Episode, wie es mit den Viechern ja ausgeht. Das bedeutet natürlich auch, dass ich die heutige Episode beende. Werden Sie sich gefallen, könnt ihr sie natürlich gerne bewerten und einen Kommentar dazu lassen. Und um zu sehen, was mit den Jacken, oder Jacke, Jacke los ist, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.